...weil sie eine etwas andere Pflichtrichtung haben. Sie haben eine andere Sozialisation als die offizielle BRD-Sozialisation. Das heißt, es ist fest, dass die Bundesrepublik heute ein Sozialismus 2.0 eigentlich sei, dass die Bundesrepublik von der DDR übernommen worden sei. Das Lebensgefühl der Menschen, ich sage jetzt nicht der Mensch draußen im Lande in Ostdeutschland, das ist nicht mein Stil, sondern das Lebensgefühl der Menschen in der ehemaligen DDR, die ich kenne, dann habe ich sie ganz genau vor Ort, das ist ein anderes, das ist das Gefühl, dass sie in Ostdeutschland sind. Da haben wir hier in Deutschland eine Situation, wo wir erst bei uns... ...sehe auch. ...miteinander reden, miteinander im Gespräch etwas Neues entstehen lassen. Das ist sehr wichtig. Wir sind hier in Deutschland alle vereinfelt. Ach, wir sind nicht alle vereinfelt, ja. Also Vorsicht vor Allgemeinerungen. Aber der Lebensstil ist der, der Atomisierung der Gesellschaft oder der Volke. Was immer? Die Individualisierung ist so ein Nachwort oder Stichwort, es gibt es schon seit Jahrzehnten, dieses Wort. Individualisierung der Gesellschaft. Wir suchen eine Fremdhänge, das benutze ich so selten. Hm. Ich wollte sich das auch zeigen. Und die Fünften, ja, wir können kotzen. Dieses vergangene Wochenende für mich in Halle, ja, das hat mir, das hat mich sehr viel weitergebracht. Und dieses Video hier ist meine Antwort auf meine Zurpreise, die den Ost... Er war auf Bild und die freien Schritt, in Halle, ja. Die jeweilige DDR. Ja. Die Gäste-Diskrit-Rolle, die hätte es noch nicht schon eingefallen. Ich habe auch meine Antwort auf viele, viele Fragen, die an mich immer wieder mal gestellt wurden. Was soll, was können wir tun? Nerd! Ja, das ist hier nichts Hauptwerk. Was tun? Jetzt komme ich mal auf diese Frage, ja. Ja, nicht aber die. Was können wir tun? Sicher ist es so, dass eine Fußpitzung der heutigen Umständen, notwendig ist, und wir in Deutschland das Volk der Deutschen in einen anderen Bewusstseinszustand zu bringen. Dass die Menschen, dass die Deutschen, dass wir Deutsche, einmal bereit sind, Eingemübte oder Anerzogte oder Frischindokrination mit uns heilgepflanzten Denk, und in der Frage, und auch zum Recht, und mal zu sehen, was hier läuft, dass wir Deutschen, mal bereit sind, der bitteren Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Die Wahrheit darüber, was mit dem deutschen Volk geschieht, seit über 100 Jahren, die ist bitter, die ist sehr, sehr, sehr bitter, diese Wahrheit. Das wird sich nicht von selber ereignen. Stimmt ja. 1908 war der Erste Weltkrieg auf. Oder besser, die Erfreichung. Ja, seit 100 Jahren fast. 1919 ist meine Oma zur Welt gekommen. Sie wurde nach dem Krieg gepasst. Nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Jetzt in zwei Jahren würde meine Oma 100 Jahre alt werden. Sehr schön. Die Oma, die wo jetzt dann Oma war, ist unter Sex. Schön, gell? Ja. Aber das ist es natürlich auch nicht. Die Rettung können wir gemeinsam erbringen. und nur gemeinsam. Wenn ich sage Befreiungsvereine, unsere Rettung, meine ich das ganz genau so. Vielleicht nicht ganz genau so Ehrfreiungsvereine. Wäre das vielleicht noch ein besseres Wort, aber das ist ungewöhnlich. Das hat einen etwas seltsamen Klang. Befreien, Ehrfreien. Ja, also Ehrfreien ist etwas aus sich heraus. B-Stärken oder Erstarken. So ungefähr, ja? Also eigentlich Ehrfreiungsvereine unserer Rettung. Ehrfreiungs... Das dauert. Das dauert. Das kenne mich ja auch. Ich richte auch stundenlang, dass ich irgendwann mal eine Felskunde getrabbelt habe. Aber nur schlimmer ist der Christian. Der andere Christian, der bleibt noch den. Ja, schön. Aber wir Deutschen allen Konzentrieren. Da war ich etwas überfordert. Was ist damals geschehen? Da ist eine Diktatur, die ganz Europa hat sich erstreckt, gestürzt worden, durch Deutsche, stellt euch vor, Leute, durch Deutsche, die sich befreit haben oder herfreit haben. Da kam aus Tränen heraus, kam eine Selbstermächtigung. Es ist verraten worden auf dem Wiener Kongress, da war es wieder alles in Fürsten. Deutsche hat ja schon Kloppe gekriegt und ist immer wieder aufgestanden. Bewusstsein gehört dazu. Wir sind zähl. Und ich glaube, dass die DDR das Volk weit ernster genommen hat, als die deswegen haben die Ostdeutsch ist jetzt auch ein falsches Wort. Die Leute, die die DDR kennen, die dort aufgewachsen sind, die haben ein anderes Bewusstsein, das Bewusstsein von einem Bessi, wie ich es einer bin, oder von uns Bessis jetzt mal, von uns im Westen aufgewachsene Deutschen. Ergänzen kann. Die haben dir nur Kohle geschickt. Was tut? Ja. Befreiung, Erfreiung, Selbstbefreiung im Verein. Und die Handwerker waren Bastler. Die haben aus allem was gemacht. Die haben wenig und machten viel. Wir hatten auch nur eine Aschetonne, mehr nicht. Eine Aschetonne. Mehr gab's nicht. Eine Aschetonne. Die, die aus allergüsten so metallig waren die. Was hat denn die Aschetonne? Hm. Hier hat mein Opa mit Sand gefüllt im Hof stehen. Wie gut. Da hat der Sand gebunkert. Er hat auch Stroh gebunkert oben auf dem Boden, wo es kaut, Frau Galt. Hier sei der Sack voll Stroh. Von meiner Oma waren alle solche nicht übrig. Und da hat sie dann Laub gesammelt. Die wollten nicht wegschmissen. Nee, gar nicht. Das waren nur die Laubzonen. Das ist ja auch wohl eingemacht. Und das ist extrem wichtig eigentlich. Garten. Hast du ja gesehen, das Häuschen, das ist doch süß, oder? Und mit Halligang. Gell, das Häuschen ist süß. Ja. Aber die Hofeißen würde ich auch andersrum hängen. Das sag ich dir. Das wird's heiß. Das stört mich nämlich auch gewaltig. Vom Stiefvater. Meine Oma hat die früher anders drauf gehabt. Arschloch. Der ist manchmal blöd. Ich hätte die Wiese aufgekriegt. Man schaut aus wie so ein Hexenhäuschen. Ich liebe dieses Haus. Da habe ich als Kind laufen gelernt, das drin. Da war im Laufstall. Da habe ich als Kind noch Malwürfen geschaut. Ich habe aber nie einen gesehen. Maulwurf-Erde, die beste Anzieherde, die es gibt. Die kommt nämlich von ganz unten und da sind keine Fremdsamen drin. Die sind wirklich nackig die Erden. liebe Malwürfen und ich habe nie einen gesehen. Und ich spreche auch mit jeder Seite. Das war schön dein Kratzen. Ich würde auch mit denen sprechen, die unser Volk verraten seit Jahrzehntes. Die sich die Taschen vollstopfen oder die ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volk verraten. Ja, irgendwo schon. Bewusst verraten, absichtlich verraten. Die verreichen. Wenn sie meine Volk sehen, was ist das Volk überhaupt, Die können wir auf einer Spenden-Gaula 10.000 Euro geben und in Wirklichkeit könnten es mehr geben. Abkömmlinge der deutschen Stämme, der germanischen Stämme oder was auch immer. Aber es gibt schon einige, die sozial sind. Kaltio, ich weiß. Kaltio, ja. Ich muss das Fenster offen haben. Das ist auch gut so. Bernd ist auch das Fenster offen, aber das muss den warm, da lag ich halt nackig immer so. Ja, da ist ja richtig, das ist ja die andere Seite. Oh, auf den Sitzsäcken, in den Diegelssäcken Seite. Da oben in den Merkern, gell? Ja, so zwischen unter den Säulen. Ja, da ist schön. Da hat die Sonne schien, da lag ich schon mal Sonne, nackig. Da habe ich eh schon gesagt, da kann man sehr schön im Sonnenwetter. Ja, ganz genau so. Der Ecker ist ja schön, der magi. Filmst du? Aber du stellst mich jetzt mit ins Internet. Doch. Nein. Doch. Nein, das ist scheiße. Nein, das ist nicht. Das ist äh, hallo. Du bist Teil der Bestreihung. Okay. Du bist, du bist im Verein. Wir drei bilden den Wolfgang, Silvia und Katrin bilden den Verein. Hiermit bilden wir den Verein. Und wer ist Wolfgang? Na hier, der Rettich, der Rettich, der Rettich. Ja, du kannst ja bestimmen, wie lange das Film wird. Ich bin jetzt bei 11,5 Minuten. Nee, ich bin nicht ins Internet. Doch, du kommst nicht mehr hierher. Ich bin aber da gar nicht allein. Du kommst da aber rein. Du bist jetzt sowieso schon bei der NSA vorewicht. Alles, was hier geschieht durch den Rauchmelder, durch mein Telefon beziehungsweise euch mit geschnitten. Klopst du es? Die haben ihre Wanzen ganz woanders sitzen. Die sind ja auch nicht mal mehr technisch, die Wanzen. Also, entscheide dich. Mach's offen. Zeige sich. Stimme. Du musst jetzt auch kein Gesicht zeichnen. Du hängst nur was, du hast den Wagner mit ins Spiel gebracht. wenn du den wirklich magst, die Kriterin noch, ich kenne sie noch nicht, dank dir, weiß ich jetzt, was das bedeutet. Und der Wolfgang, der freut sich, wenn du sagst, okay, ich darf mich das mir nicht erst angucken, wenn du sagst, ja, das ist ja deine Stimme, Silvi, und deine Stimme ist das, was die Menschen von dir kennen und wissen. Mehr brauchen wir ja nicht wissen. Ja, ich zeig doch Gesicht. Ich bin doch am liebsten vor der Kamera. Ja? Ich bin nicht zu gern vor der Kamera. Deshalb ist ja deine Stimme nur zu hören. Verstehst du? Nur deine Stimme. Das ist alles, was zählt. Du wirst sie nicht in die Ohrne, sondern du sprichst sie einfach. Du nützt sie. Du nützt deine Stimme. Mehr nicht. Na? Und dann nehmen wir noch Jonathan Mese in unserem Kierer ist es dann. Das sind dann zwei Typen und zwei Mädels. Zweimal männlich, zweimal weiblich. Und der Jonathan Mese, der sagt dann noch Gehorche, Gehorche, Marschiere, Marschiere. Im Dienste der KUNST, der Kunst. Und wer ist die Muse? Wer war schon immer die Muse? Kein Wolfgang Rettisch, kein Jo Konrad, kein Alexander Wagand, kein Christian König ist die Muse. Die Muse ist weiblich. Der Christian König. Der Muse ist weiblich. Da machen wir heute die Christiane. Das ist das. Da machen wir heute den Christiane König draus. Ja, meinetwegen. Er kann auch gerne, ja, das ist ein Mann, aber warum auch nicht? Auf jeden Fall Spaß. Es muss Spaß machen, es muss keinen Spaß. Ja? Und wenn nämlich die Typen weiter sich ihren Mund fusselig reden und ihren Kopf sich glatzig sich sorgen, dann die Welt wird wundern. Wir brauchen weibliche Inspirationen, wir brauchen Muse im Hintergrund, sonst wird das nichts. Und wenn die Leute lachen, haben wir keine Angst mehr. Ja? Lieber lächerlich als ängstlich. Okay? Also, lacht mich aus. Ich lache am liebsten über mich selber. So wie Eminem, das gestern gerappt hat. Ich habe mir Christian Eight Mile angeguckt. Das ist auch ein geiler Film. Das ist ja gleich, ne? Und heute Morgen kam doch wieder Eminem als Wortspiel und habt ihr das noch rückwärts gelesen, was das eigentlich bedeutet. Gestern Peter Lustig drüber geredet, heute ist er tot. Gestern Eminem geguckt, Eight Mile, heute Eminem mit einer Präsidung zu kursieren. Jedenfalls, ja. Wir sind Impulsgeber. Wir Mädchen sind Impulsgeber. Der ist öfters in Halle, gell? Ja. Den glaube ich, den habe ich schon mal gesehen. Das stimmt. Der ist mir schon mal im Hörnweglaufen. Stimmt. in einem Livestream machen werde ich hier. hat er immer auf den Kopf kennen. Was ist denn, dass wir uns vereinen? Mädels sind dabei. Die Frieden-Mädels sind dabei. Die Vereinzelne. Die Vereinzelne. Die Vereinzelne. Die Vereinzelne. Dass wir das überwinden, im Verein. Und ich werde beitragen, was ich kann, zu einer solchen Entwicklung. hin zum Verein von uns Deutschen. Dass wir Deutschen uns vereinen. Das ist ja doch mal was, oder? Endlich mal ein paar anständige Kerle. Die ordentlich was retten. Oh, da freue ich mich drauf. Ne, die sich nicht mehr die Köpfe eng klippen, sondern die sich gegenseitig der Wahrheit vorretten und wo sie dann demütig den Kopf einziehen und sagen, du hast gewonnen, du hast recht, es stimmt, ich kann dir nichts Neues vorlügen. Ich würde aus dem Anteilantenheim die... So sieht es mir nicht aus. Ja? Mit der Zahnbürste, wenn es meinem Volk dient. Ja. Ganz genau. Ich werde jetzt Energie hineinstecken. Ja, der will die Wurst bewerten. Ja, das macht er auch. Ich finde, er war gut. Ja. Der ist überzeugt von dem, was er macht. Die Vereinzelne als unsere Rettung. Auf den kannst du zählen. Dass so etwas zustande kommt. Der steht, der steht bestimmt von der Brüll. Das ist der Wolfgang und die Wölfe gehen anders als die Hunde. Die Wölfe gehen in einer Linie und die Hunde laufen in zwei Linien. Ich habe dort mit Leuten die... Und der König hat erzählt, dass die Hunde, unsere Hunde, dass die über das Jungen, das Welpenstadium des Wolfes gar nie hinaus wachsen. Die werden sozusagen nie erwachsen, so wie der Wolf. Der Wolf ist in dem Sinne ein erwachsener Hund. Der Hund ist ein Haustierhund. Der Wolf ist ein Wildtier. Genau. Und das ist das, was die Hunde daran hindert, erwachsen zu werden, sozusagen zum Wolf werden. Das Wilde wird denen hier nicht ermöglicht, dem Hunde. Ein Wildnis. Weil die immer an der Leine gehen müssen. Und ja. Aber Edifix hat da Vorteile. Also Edifix ist ja geil. Der hat sich wunderbar. Ja, der kann das. Der fühlt sich ja wohl. Ja. Er ist Familienmitglied. Ja. Ja. Und so sollte man den Hund halten. Ja, das ist richtig. Der könnte es suchen. Der rennt jeden Tag zur Arbeit. Und zurück. Der Hunde soll ja brennen. Das ist Traurer. Und dann kommt der Regen. Ist egal wie es aussieht. Dann sieht er immer aus wie ein vergossener Pudel. Egal. Dann wird er mit dem Handtuch ein bisschen abgetrocknet. Und dann ist er auf einer halben Stunde wieder ganz trocken. Er ist ein hübscher Kerl. Oh, und was für einer. Und er hat die schönsten Pfoten auf der ganzen Welt. Die struppige Gesicht, ganz nah. Dieser Satz über Irror, den ich ihm da gerne machen kann. Und der lasst er bestimmt auch gern bürsten. Auf jeden. Auf jeden. Meine Scheuerbürste. Damit kenne ich mir auch meine Haare. Damit wird der Edifix gebürstet. Aber jetzt wird die Klamotte gewaschen. Welches Volk auf der Erde schafft es dann überhaupt noch zu existieren? Ja, ich muss mir... Wenn du Hund bist und hast du einen guten Platz für den Edifix, dann geht es dir ja gut. Und die Wölfe, das ist auch schön, dass wir die jetzt wieder in der Natur haben. Bloß die Schäfer, der Schäfer, die ringt sich auf. Sollten sie mal aufhauen. Es kommt halt mal vor, dass er mich auch erwischt wird. Da muss man die Wölfe halt ein bisschen fintern im Winter, oder? Und passiert sowas nicht. Wo kann ich mir eine Waffe kaufen? Also solche Sachen empfehle ich noch meinen Kanal, aber ich finde es leider halt so. Wo ich merke, dass ich jemanden zu mir in einem Kommentar am nächsten Herzen würde ich jetzt einen Artikel an Sachen zu sehen und eine para-militerische Gruppe bildet mit mir zusammen oder so in der Art etwas. Als Antwort auf eine Bedrohung, in der wir als deutsches Volk uns befinden. Das ist eine objektive Bedrohung. Wenn wir den Bestand von unseres Volkes als Tatbestand nehmen, der Bestand, das Weiterbestehen unseres Volkes ist den Rot. Wir befinden uns mittendrin im größten Völkerwortprogramm der Menschheitsgeschichte. Völkerrechtliche Gründe, so ist es gehört. Rettung erfolgt einzig durch Vereinen. Durch Vereins, Bildung oder durch Vereinen. Dass die Deutschen als Volk sich vereinen. Wir in Deutschland spielen die Befreiung von sich auf diesem Erzballen. Aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter erläutere. Völkerrechtliche Gründe, Geschichte ist in Deutschland. Ich stehe irgendwo. Wie habt ihr auch, für die alle, dass ich mal eine Sichtweise mitbekommen habe? Ich muss euch mal vorstellen, ich bin Marktwirtschaft. Ich bin wirklich ein überzeugter Befürworter, freier Herzen, freien Wirtschaftshandel. Und ich kreffe auf Menschen, die in der DDR sozialisiert worden sind und die mir glaubhaft erzählen, in welchen Aspekten das Leben in der DDR besser war, angenehmer war oder für die Menschen einfach. Ein menschliches Markenzeichen. Du musst einfach nochmal ein VEB-Buch vorlesen, durchlesen, liest einfach nochmal ein Vorwort von einem ordentlichen DDR-Nachschlagewerk durch, ja. Du liest mal Kleine Enzyklopädie der Frau bis zur Seite 200. Da lernst du was. VEB ist ein Markenzeichen. Wo hast wer die meisten Bücher gesammelt hat, außer DDR? Und für Peter Sodom der war da eingelogert gehabt in einem Postamt am Alten Verlassenen und jetzt hatte er keinen Platz nimmer. Er musste raus und hat nach anderen Gebäuden für die Bücher gesucht. Ja, das war schlimm. Oder ein Stackel ist ein Lied von Perlisch Instrumentalstück gezahlt. Haben ich leider nicht. Der Peter Sodom der läuft mal öfters über den Weg. Wir grüßen uns. Das mag ich gern. Der ist knuddelig. Der ist ja immer freundlich. Der wohnt da hinten bei der Kurallee. Das ist eine schöne Gegend dahin. Diese Altbauten. Der ist beim Ziel. Ja, schön ist da. Freude. Aber ich komme nicht gerade vorbei aus diesen Schilderungen anzuerkennen. Das ist die Häuser, die wo da renoviert worden sind. Die sahen unten da schön aus. Die mit der die Menschen und Menschen auch umge an. Das ist letztlich auch entscheidend. Also, als Beispiel im Gespräch Ja, Aussicht, Bess, Quatsch, das ist ja das überwichtig, also vergess mich. Das wir uns vergessen. Es ist so, ich merke das, dass Bess ein derart schrattes Bedürfnis ist, ja. Das hat auch was mit der Bisse als Menschen. Ja, in Westen, in Westen, wir haben uns. Es gibt Unterfindungen darauf, sollten wir im Westen dieses Gefühl, wir sind vereinnahmt worden von dem Sozialismus. Merkel, Gauck, Demetriere, da haben wir die alte Stasi jetzt über uns. Als Begrätsgeber der Sicherheitskräfte, als Grenzenöffner, als diejenigen, die in diesem, die alles unser deutsches Volk verdichtet, Stasi-mäßig oder so, ja. Wir sind sozusagen im Westen okkupiert worden oder vereinnahmt worden in der DDR, das krasse Gegenteil. Ich hab schon immer gesagt, man soll keine Einsätze an die Macht lassen. Das ist so ein Untergang. Danke, Frau Merkel. Man soll sich gleich halten. Ponsais drauf machen. Hahaha. Hahaha. Wichtig. Hahahaha. Was ich hier mache mit diesen Videos, das ist immer so die gleiche Geschichte. Ich stehe hier vor der Kamera, spreche in diese Kamera hinein, das ist ja wie, so diese Einbahnstraße, wie es hier fertig ist. hier gibt es ein Echo das ist ein Echo, cool, jetzt soll ich das machen ein Wiederhalle, ich wiederhalle, ich bin schon wiederhalle ich bin schon wiederhalle, Alter, das geht doch nicht na? in der Halle werden sie dumm nicht alle, weißt du? das ist richtig, deswegen bin ich auch hierher gekommen das ist ja auch eine Alunke geworden, ne? genau hört sich aber auch nicht an eine Halunke, gell? ja, sicher, eine Unke, eine Halunke, warum denn nicht? ich bezeichne mich ja selbst als Wossi Wossi ist ja wunderschön, da habe ich euch das erste Mal richtig schön Wossi ist cool ja, das sind die Leute, die heute hier ja damit noch der euch sitzt genau, der wisst, wo es cool ist wow, mein Herz ja genau genau das dauere ich nicht das brauchen wir noch mal schön ja? mhm ich färg mich und damit meine ich richtig körperlich ich schaue doch mal, wo ihr die blöden Karten habt ich ärgert mich ja, klar ja so meine ich natürlich nicht also dass man sich, äh dass man einen Verein bildet ja dass man immer wo ihr was habt Gemeinsamkeit herstellt ja ja ich nicht im kollektiv wo, 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 wo das individuo runtergeht ja ich bin anarchist ich bin libertär ich ich rede mit ja ich bin ja 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 ganz ja Ich glaube, es ist ein Felsenumor-Fan, was war es? Sie haben sich offen geöffnet. Ich glaube, es ist ein Felsenumor-Fan. Was war es? Nein, 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 nein. Ich habe dann gesagt, nein, nein. Danke. Felsenumor wird es schon wieder. Die Angenosen haben sie wieder vereinigt. Ja, 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 bevor ich euch leise, alles gut sein. Ich war natürlich für sie, der besser erkennt das. Nee, das ist das ganze, die konkrete Lebensentscheidungen, die konkreten Lebensumstände. Und sie sind so sehr mal wie in Deutschland insgesamt geworden, vom Lebensgefühl her. Wenn man mal nicht den Konsum ist, wenn man mal nicht die äußere Sicherheit in diese Sekunde, aber wenn man das mal nicht allein gesagt hat, dann haben wir hier in Deutschland eigentlich ganz viele. Wir haben hier, ich glaube, die Verzweiflung in Deutschland und so was nimmst du ja mal einen schönen sonnigen Tag, wenn du ihn doppelt reinstrahlt, dann brauchst du den Spiegelstrang, die Tür noch auf, dann lenkst du den Sonnenstrahl da rüber in deine Ecke, und was ist denn das Gammelmeer? Oh, ein Tömer? Ja, und die Normalerweise springt es wieder ein. Schömer. Muss ich der Fussi auch wieder finden? Nee. Ja. Ja, warum nicht? Dreier so oft in Rhodes Zu Betcorn Unsere ... Unser Vereine zur Nutzung, die wir uns vereinen ... Wir haben es geschafft darauf ach, bevor wir uns zählen leider nicht ruhig mamy Leider, ohne dann, darf es uns wieder in die falschen Kanäle hinlegen. Kannst du den Staub abgeben und woanders raufziehen? Kannst du den Staub verlagern? Was das Volk sieht, erkämpft keine Sachen. Das Volk macht auch den Staub. Gibt es denn da? Auch da habt ihr wieder einen. Die Russen sind größerer Volk. Geh raus, im Regen. Man kann es anders sehen. Miteinander reden, drüber reden. Es gibt Hammermenschen. Ein Betrug, der so gigantisch ist. Ein Betrug am deutschen Volk. Ich dachte mir schon, dass es nicht so verurten ist. Es gibt die ganze Welt der Probe. Schlierische Ideen. Warum? Ach. Ja. Ja. Ich hab letztens viele Sachen. Hab ich gefunden. Paro-Karten. Enttäuschung. Verserbnis. Tod in Wissenschaft. Ja. Alles zusammen. Richtig lustig. Passt nicht. Wir müssen ja nicht um die Hinschreiben vermitteln. Wir müssen ja nicht um die Hinschreiben vermitteln. Wir müssen ja nicht um die Hinschreiben vermitteln. Kannst du einschreiben. Nicht solche Sachen. Vorsicht. 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 Ich muss ja weiterhin. Ich guck mal die nicht an. Ich weiß die auch genau. Wer kann nicht? Ich guck mal die nicht an. Ein Denker. Das ist hier. Gut. Du wirst selber mal wieder durchschauen. Jetzt machen wir gleich den Link. Ein rechter und die schiffen die Linke. Die merken, dass hier ein Krieg gegen das Volk geführt wird. Und die aufwachen. Die aufwachen. Die Frage stellen, was sie an Dogmen bisher geglaubt haben. Die einfach mit. Also es gibt viele jemals Linke oder auch jetzt noch Linke. Die merken, es läuft hier dermaßen viel schief. Und zwar gegen das Volk. Frontal gegen das Volk, ja. Dass das nicht mehr in Ordnung sein kann. Die also am Anfang jetzt begonnen haben, ihre eigenen Dogmen zu machen. Also ich will gar nicht sagen, hier nur von der rechten Seite her. Also um Götz Kubitschek herum. Die Session Antaios Verlag so. Ja. Ähm. Ehm. Ein Volker, äh. Ein Oliver Janich, ja. Ja, bausert sich zum Patriode, der von Areschke, spricht von Nationalbewusstsein jetzt oder so etwas, ja. Also, da könnte man ja vom Glauben abfallen, wenn man das sieht. Wir sind nicht festgelegt, aus links, rechts. Geht nur eine andere Kategorie. Ich sehe, ich war nicht festgelegt. Da, wo man verwurzelt ist, eine Heimat hat, wo man einfach nur sein Leben in Selbstbestimmung leben möchte, um diese Kategorie geht es. Und da wird ein Krieg gegengeführt. Gegen die Deutschen. Aber nicht nur gegen die Deutschen. Das, was mit den Indianern Amerika gemacht wurde, das, was mit den Aborigines gemacht wurde, und wir, das, was mit den Ainu, auf der Insel Hokkaido gemacht wurde, oder in Japan gemacht wurde, die Urbevölkerung, in Japan auch. Das ist, 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 das ist nicht nur Vergangenheit, sondern das wird jetzt noch sakkettiert, mit dem, was an Restvölkern konzentriert, an jeder dieselben, an Kulturen, an gewachsenen Traditionen und so weiter, was da macht. Das haben wir noch gar nichts kapaziert, ja. Ja, wir wussten die alle an. Ja, wir wussten die alle an. Ja, wir wussten die alle an. Weil, ich sage mir, gerade gar nicht, ist das so eine interessante Persimmenschaft gewesen. Und es ist so interessant, wie sehr die Karten einfach fehlen muss. Das sind alle Bestandteile in einem Flugzeug, gegen die Völker, gegen die Kultur, die Menschen haben wachsen lassen, die Menschen uns entnitteln haben. Ja, ich fliege auf die Tasche. Oh, ich habe schon Kinder gesehen worden, die wollen das. Und hier in Deutschland haben wir eine Bremse. Ich mache eine Bremse, in einem Bremse und an Dienken. Und hier in Deutschland haben wir eine Bremse. Und hier eine Besonderheit ist einfach. Und eine Doppelung. Was ist das? Ich habe ein Platz, was ist das? Gegen Faschismus, ja? Nicht in diesem Unsinn, nicht in dieser Widerwärtigkeit, wie das die sogenannte Antifa tut, ja, die mich mehr an diese SA-Horden erinnern, oder, ja, wisst ihr, wenn ich sage SA-Horden, okay, ich möchte jetzt nicht bestimmte Leute vor den Kopf stoßen, die dann, ja, ja, Wolfgang, das war alles so, ja, ich bin kein Neonazi oder kein Bewunderer von Adolf Hitler, oder, äh, ich bin das Reise. Ich könnte hier sein, ich könnte hier sein als anarchist oder als libertärer, ja, völlig widersinnig, so, aber ich möchte auch diese Leute nicht verbrennen, vor den Kopf stoßen, auch in dem, was ich als fehlgeleitet habe, ja, wenn ich jetzt sage, die SA-Horden, aber diese Frauenhände, ja, also, so wie es auch nicht gibt, wie in der Ukraine. Die, die Faschisten, die, wo die Parlamentarier am Betreten des Parlaments gehindert werden, ja, Asov-Regimenter in der Ukraine, ja, da wird der Faschismus hochgehoben. Und ich bin dagegen, gegen Gewalt des Staates im Verein mit Wirtschaftswast, gegen die normalen Menschen. Das ist für mich Faschismus. Das haben wir hier in Deutschland. Jetzt ist es hoch? Massiv, ja. Es geht um eine Kante gegen den Faschismus. Dann legst du dann schon wieder hin. Und wo haben wir da noch das Links-Rechts-Schema? Als jemand, der Herrschaft grundsätzlich als eine Krücke oder als nicht in Ordnung ansieht wie ich, bin ich von vornherein antifaschist. Und ich werde, mit dem, was ich auf meinen Kanal mache, selbstverständlich als Rechter eingekästet. Ich bin in der Schublade rechts automatisch, ja. Aber so ist es nicht. Vereinen diese Quatschgrenze links, rechts, auch hinter uns lassen. Oliver Jahnig und einer, der sich in der DDR gut findet und jemand, der alles aus dem Westen gut findet. Hollywood und Bubblegum und Wrangler Jeans und Rapmusik und so, ne. Und so Leute, ja, miteinander reden, schauen, wer sind wir, ja. Sind wir Messis, sind wir Ossis oder sind wir eben etwas anderes, wenn wir aber mit Messis, Ossis denken und gegenseitig ergänzen und erkennen, ja, wir sind etwas anderes. Ich sage, immer wieder mal in den Kommentaren habe ich das gesagt, ich bin in Erfolg. Ich bin in Erfolg, ich bin in Erfolg, ich bin in Erfolg. Und du glaubst mich, das kann man noch schön auf partisaretzieren. Ich noch mal regenerieren, in der Hand. Na? Ja. Ichнал des Spinders. Ih wurde nie gebracht. Aber das ist wirklich wel. Gehäuche. Gehäuche, Masch�ne S anyoneéilles Arcade. Schnaler der Dick, das war, der Gön. Wir wollen. Gehorche! Gehorche! Propagandarede Ja, will ich nur uns sehen Da hat mir mein Stier empfohlen Ja, immer mehr Informationen, man kommt da gar nicht mehr hinterher Aber man bleibt verheißelt Das ist überhaupt schade Da macht man sich nur schlechte Gefühle damit Diese Ermächtigung, die Selbstermächtigung Nicht durch Gesetz, sondern durch Vereine Durch Vereine Selbstermächtigung der Folgen Leute, es geht zurzeit zum Beispiel Es geht um Es geht um Den Waschmittelmessbächer Der Waschmittelmessbächer Der Waschmittelmessbächer Und den geht es nicht Es ist wichtig Das dem Geist mit der Wahrheitsfindung zu tun Es gibt Desinformation aufzunehmen Brauche ich den gelben Schein, ja oder nein? Nun Stefan Vielleicht hält sich das alle heim ein über den Wurzeln die muss sich dann nicht mehr das ist ein Tiefkrieg und M auch nach gleich mit der Ecke aber ich habe den Punkt nicht liebt und dann als Orna aber auch auf und verhältnissen immer noch jeden Abend wenn ich glaube etwas anderes Wichtiges erzählt wird, ja, der Alf, ja, und der ist immer noch lieb, den findest du auch, ich habe einen schönen Film gemacht, Alf, ein schwieriger Patient, kannst du mit mir zusammen eine Alf-Folge gucken, empfehlenswert, sehr empfehlenswert, ja, ich hätte auch gern so einen kleinen Alf zuhause gehabt, oder so einen hübschen Kremlin, ich küsse mir, ich küsse mir, ja, ich küsse mir, waren wir doch alle verliebt, oder? Seit Kremlin 2, weiß ich, die Mikro wird jetzt nicht mehr, genau, und natürlich die Waffen der Frauen, die waren auch echt unbeschreiblich bei Kremlin 2, ne, das weibliche, der weibliche Kremlin, mit dem Schäften, mit den roten Lippen, oh, die haben doch noch geheiratet, war ein Glück, ich war schön, total geil, richtig, cool, richtig, das war die Kultik, die zwei, die Kremlin, go, zusammen gucken, machen wir mal, na, guck mal mal Kremlin, da waren wir doch alle verliebt, ja, das finde ich, das ist ein Verein, das so ein Haustier, wenn das es geben hätte, oh, muss ich immer noch ab und zu, mit dem Auto, mit dem Kuschel, hier, ja, ich kann es laufen, ja, man trifft sich einfach, egal wo, privat, ja, in der Tür, in der Tür, in der Tür, in der quergabe, in der Kunst초ocik- pompiert, ja, so ein Künstler treffen, 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 ja, so ein Künstler,還是 mal im Dunkeln, das war also, meio ein Klaurer am Nuttenviertel zum Beispiel. Ne! Rotlichtviertel, na Klaurer, was passiert das denn mit Klaurer? Echt? Ja, klar. Ja, hier auf. Ja, das städtische Abschauen. Zu Ostseiten? Nee, noch viel früher. Viel früher. Das war ja, du siehst ja die Stadtmauer. Weiß noch was kriegen, ne? Und alles jetzt hier, so in dem Viertel hier, bis Torstraße. Ja. Ah, ja. Nee. Ja, das ist ja hier alles. Warte mal, ich hab in der Schwetsch der 1 gewohnt. Das war 18,90 erbaut. Ja. Und wie so in der Zeit... Ja, ja. Man darf meine Omi. Die Mutter von meinem Alten. Die ist hier groß geworden. Auch hier im Viertel. Und die hätte die Frau Honecker als... Die war da vorne, wo ADU ist. Da stand mal ein Haus. Da hat die hier nicht gewohnt. Nein, das war die Nachbarin von meiner Oma. Ja. Ja. Hier gab's mal vor ein paar Jahren. Also alte Hinterhöfe. Und alte Häuser. Da vorne gab's den Schuster. Und dann richtig hätte die R-Schuster drin. Also hier die Bäckerei. Ich find's aber schön, dass wir gleich dann hinten in der Pulverweite sind. Gleich. Gar nicht weit bist du schon an der Rennbahn. Bist du drin. Bist du im Grün. Bist du an der Saal. Ich weiß. Bloß ein kurzes Stück über die Brücke. Ganz genau. Genau. Sofort kannst du sofort Wäsche waschen und laufen. Wasser holen. Bis gleich an der Saal. Das ist geil. Und pfeift's nicht ab. Hier bist du nämlich weiter oben. Hier muss echt übelst Hochwasser sein. Unten soll's da. Knoten. Also wo wir auf dem Platz da drüben waren. Da war. Da ist halt richtig schön gell. Was glaubst du du? Ich bin so hochwasser. Das kann nicht im soeren Raum entstehen. Jetzt? Ich bin so hochwasser. Was sagst denn du? Nein. Nein. Ich werde mal die Energie jetzt mal da hineinsetzen. Glaub ich nicht. Also bei uns ja nicht. Na? Sehr selten. Können wir das machen. Also wenn dann ist das Wasser wenn hier irgendwas war. Ja unten da wo die Energieversorgung ist. Na? Das ist wichtig dass die die so nahe Wasser bauen. Die EVV. Dann das Altersheim haben schon mal evakuiert. Die EVV. Dann haben da hinten bei der Ankerstraße. Saline unten. Und hinten Talstraße. Das weißt gern ab. Spendung. Schade dass die so abgefackelt wurden. Die Schwämme. Oh ja. Ich hab's gesehen. Scheiße. Ach da war ich schon. Da war ich schon ein paar mal oben drin. Ich find das schade wenn die so alt sind. Eigentlich kein sicher Dachboden. Da kannst du echt über das ganze Haus. 20 Meter. Dachboden. Also unvorstellbar gell wenn so eine alten Häuser kaputt gehen. Ich hasse das auch mal. Ja. Aber das wird nicht. Das wird so ein Häuschen. Das renovieren wir alle. Genauso wie die Merkerstraße 5. Machen wir eine kollektive Sauna. Merkerstraße 5. Direkt am Markt da. Die kleine Seitenstraße. Gegenüber vom lieben Gottfried. Dreck gegenüber. Das ist ein riesengroßer Saal. Barock. Und das sind drumherum um den Saal Öfen. Und von außen wird es beheißt. Und da hatte ich mir überlegt, dass wir da alle kollektiven Sauna drin machen. Also richtig heißen anheizen. Und dann ganz viel Wasser verdunsten und so. Und durch diese ganze Luftfeuchte. Das ist ja ganz viel Stuck. Und den müssten wir dann gleichzeitig ab. Abklopfen. Nicht abklopfen sondern mit dem Pinsel. Ja, ja. Die Luftfeuchigkeit. Im kollektiven Sauna machst du da eine ganze ewige Zeit lang Sauna. Jeder hat einen Sauna. Sauniert da mal. Und arbeitet ein bisschen. Bisschen schwitzen nebenbei. Weißt du. Was schönes machen. Ich stell mir vor. Im kollektiv wird das gemacht. Und jeder kann sagen. Ich hab mit saniert. Ich hab mit rum saniert. Weißt du was. Und dann wird das auch. Dann hat das auch einen enormen Wert. Und das machen wir mit allem rum. Wittekind. Wittekind auch schön. Wittekind kennt ganz Deutschland. Da kommt die extra aus Deutschland hierher. Damit die im Wittekind-Bad da kurz ein bisschen mit sanieren dürfen. Damit die sagen. Ja ich hab mitgebaut. Das kannst du aber wissen. Wir haben ja die ganzen Schätzchen. Das ist ja das schöne. Ein Zorn wurde ja in Wittekind-Bad gedreht. Das war der erste den ich gesehen habe. Und ich war sofort begeistert für einen Fond. Ja. Mir hat das auch gefallen. Oh wie. Das ist so geil. Das ist der typische Hallenser die ich in die Liebe. Das ist mein Fond. So mag ich die Hallenser. Weißt du. Rauchverbot bei der Polizei im Treppenhof. Da bist du scheiß drauf alter. Ich bin ja länger als es diese so gut gibt. Lass mich in Ruhe. So dieses. Ich hab zwar keinen Bock. Ich geb mir doch keine Mühe bei der Arbeit. Aber ich muss halt immer. Wann geht's denn mal nach vorne. Wann kann ich denn mal für irgendwas tun. Ja ist schon lustig. Ja wirklich so. Und dann noch als unabhängige Teilteilteil. Also die Rolle die hat schon irgendwas. Jetzt weiß ich auch immer warum wir ständig Kamerateams am Start bringen. Ja ja. Ja das war drüben beim Altershemd da die Brücke rüber. Da haben sie immer ihn gedreht. Ja ja ständig war da irgendwelches Zeug. Und da hat der Peter so dann auch mitgemacht. Ja weiss nicht. Kann sein. Der hat doch den Typen da im Gartenhäuschen gespielt. Ah ja. Kann sein. Weiss ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Der Nachbar. Vorn fand ich gut. Ich weiß dass wenn ihr hier guckt live mit Millionen anderen Menschen. Ja das war so Philipp am Fernseher. Ja ich bin dabei. Ein paar Sachen fühl ich mir dann doch an. Nur so wie es wäre im Spiel. Das hör ich mir auch im Radio an. Ich wusste immer kurz vorher schon Bescheid. Wenn sie eh von ihren fünf Toren geschossen haben denen ich beiwohnte. Danach haben man ja und ich ausgemacht nach der ersten Halbzeit. Wir wollten dann was anderes tun. Wir wussten okay. Da kommt nicht mehr so viel. Da kann man dann reden. Ja nach einer dritte Stunde. Das reicht. Jo. Jo. Guck ich zum Thema Fußball. Ja. 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 Wir wollten sagen. Ja. 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 ... einer vereinten Versammlung im Sinne des Wohles aller Anwesenden weitergegeben. Der was zu sagen hatte, hatte es gesagt. Es wurde gehört. Die Gingigkeit von heute, von unserem Lebensgefühl heute, ja. Die Willensbildung in einer Zielsetzung. Verein oder Feereien, ja. Und nach dem Feereien. Das ist ein Schweiger. Der ist aber anstrengend, gell. Stell dir vor, du hast einen Typen zu Hause und der redet und redet und redet. Das macht er ja nur, wenn er alleine ist. Ja, das macht er nur, wenn er alleine ist. Aber ich meine halt, bei einem in dem Sinne... Ich muss mal die Burschen was geben. Hm. Danke für das Zuhören. Und ich werde weitermachen in diese Richtung auch. Ich glaube, wenn in Deutschland Videos begonnen sind, dann konsequent. Okay. Und jetzt werden auch viele Fragen hier weiterverfolgen. Ich bin der Fall weiterverfolgen. Ich bin der Fall weiterverfolgen. Ja. Ich bin der Fall weiterverfolgen. Ich habe die Nacht sogar geschlafen. Ja. Hier werden Bilder zensiert. Was? Der Laptop zensiert das Fernsehbild. Find ich gut. Es ist nur ein Ausschnitt zu sehen. Ja? Ja. Hier in der Kamera. Da steht ja nicht Parship, sondern hipz.de. Parship.de, hipz.de steht dann da am Ende. Pars ist dann weg. Tschüss. Na? Ich bin jetzt bei mir. Mit Echo. Ich bin jetzt bei mir.